und herzlich willkommen hier wieder zum herzoglichen kanal report und wie immer erstmal ein paar worte zum programm gehen wir es mal hier nach den zeiten durch und es fängt an mit viktoria 3 das noch täglich um 14 uhr ja hier oben außer sende planmäßig läuft da bin ich gerade sehr erfreut wie es läuft einerseits inhaltlich was sich da alles an möglichkeiten ergeben hat in letzter zeit dass man nicht nur als kleine macht in norddeutschland stehen bleiben muss sondern sogar naja möglichkeiten hatte mehr zu machen und auch von den zahlen her entwickelt sich das sehr sehr schön ich hatte befürchtet dass es schlechter aussieht aber jetzt ist ja häufig so dass die folgen auf dauer 200 oder sogar mehr aufrufe kriegen so über die tage dann danach der veröffentlichung verteilt das finde ich eigentlich sehr sehr schön so dann haben wir den civil war gegen juden also auch auf beiden seiten er läuft eigentlich auch recht stabil es ist nur naja ein bisschen man merkt an dass amerikanischer bürgerkrieg ist einfach hier auf dem deutschen markt nicht so beliebt wie die weltkriegsteile von strategie command also ist schon ganz in ordnung aber alles ein bisschen kleiner das problem ist dann ja auch dabei die runde von steinwein gegen hobby general verzögert sich immer weiter glaubt wenn die das noch spielen würden das würde ich ja auch noch den zahlen so ein bisschen helfen an der löwenburg planen mit eines der besten projekte die gerade da sind aber muss ich schon fast sagen leider würde irgendwann natürlich auch zu ende gehen wir sind da auch schon 1917 und willst du bis 1918 geht ende 18 rein aus zeitgründen leider irgendwann auch vorbei aber ich bin sehr sehr froh mit der runde und auch inhaltlich sieht es ja gerade ganz ordentlich aus dann hier die neue mehr spieler runter gegen general honigblume da sind wir noch am anfang kann man also noch nicht so viel zu sagen mal sehen wie sich die runde entwickelt dann die partie gegen medoberg das derzeit auch wahrlich erfolgreichste projekt auf dem kanal bin ich auch extrem froh drüber ist es ist einfach sehr großartig von den zahlen wir sehen das gleich noch mal sehen auch in den statistiken und wir sind gerade hier sozusagen in einer kleinen inhaltlichen pause alle seiten rüsten es gibt nicht ganz so viele kämpfe aber früher oder später wird sich das ja wieder auflösen und das wird so einiges passieren und dann kommen auch mal wieder mehr sachen als nur diese zehn minuten folgen die gerade ja meistens bei mir dabei sind dann wird einiges wieder passieren dann haben wir noch imperiums mit marseille und daran neigt die welt inzwischen dazu dass nur noch ein paar großmächte übrig sind und wenn sich dann mal eine großmacht gut gegen ein zwei andere durchsetzt hat sie die partie wahrscheinlich gewonnen da müssen wir sehen ob unser großmachtsblock dann auch groß genug ist aber diplomatisch sind ja inzwischen einige dazu gekommen in föderation und konföderation die ich auch gerne mal anaktieren würde die da wieder rausgehen und eigenständig werden und so naja mal sehen aber dann welche großmacht am ende die stärkste ist und fahrtest von tier wo ich auch so langsam sagen würde dass die stadt fertig gebaut ist und hier deswegen auch ganz klar sagen können dass das hier wohl die letzten drei folgen sind denke man hat inzwischen das meiste vom spiel gesehen man könnte von allem noch mehr bauen aber ich glaube wir sind jetzt auch mal an einem ganz guten punkt die mauer ist dann ja auch bald fertig vielleicht auch stadtsyndrom stufe vier vielleicht nicht aber ich denke ja die stadt ist in dem sinne dann bald fertig gebaut im prinzip fahrtest von tier vielleicht bald vorbei imperiums ist noch ein bisschen schwer zu sagen löwenburg plan also auf zeitbegrenzung irgendwann es könnte also sein dass im verlauf des monats mal wieder ein paar lücken dazu kommen aber wir sind ja gerade sowieso mit täglichen victoria 3 in einem sehr vollen sende plan also ich habe nichts dagegen wenn man wieder ein paar lücken reinkommen ich habe im moment ein paar lose ideen was man dann irgendwann später mal wieder als neue projekte machen könnte ist aber alles noch nichts festes wahrscheinlich gibt es dann bei zeiten ankündigungen oder umfragen ich bin auch noch nicht mal sicher ob die neuen sachen dann im november starten würden oder ich einfach noch mal ein bisschen entspannter mache weil ja gerade viel los ist also ja wir werden sehen bei den ankündigen ja eine der sachen über die ich glaube ich schon letztes mal gesprochen habe was ich dann auch mal machen wollte war anstoß das ist im early access inzwischen auch schon draußen allerdings nach dem was man zum teil an berichten lesen konnte zum beispiel bei gamestar oder anderen seiten fehlen einfach im moment noch so einiges an funktionen deswegen ich jetzt schon irgendwann denke ich spielen ein paar saison aber dem ganzen einfach noch zeit geben für ein paar updates zensionen ok sind nicht viele rezensionen aber auch nur 50 prozent also lassen wir dem projekt noch ein momentchen zeit und ich würde total unterschreiben das anstoß so ähnlich ist wie viktoria 3 ist ja vom prinzip total das gleiche finde ich schön dass team das auch so sieht an die wöchentliche veröffentlichung des sendeplans hier im community tab ich denke mal das hilft einfach der sichtbarkeit und man kann immer noch so ein paar kommentare dazu schreiben was eigentlich gerade los ist und das würde ich dann denke ich auch einfach fortführen findet den sendeplan natürlich auch immer noch hier drüben über den link oder theoretisch auch bei der kanalinfo hier in dieser variante ist immer einfach vom format her wie das bild gemacht werden muss damit sie reinpasst der rechte hand hier abgeschnitten wo noch mal die projekte alle aufgelistet sind schriftlich das hätte man hier bei dem link halt noch drin aber hier ist ja auch das meiste drin und alles außer sendeplan mäßig kann man hier ja noch schriftlich dazu schreiben ich denke das funktioniert ganz gut dann hier noch kurz bei company auf hier wo es 2 da die auch mal testweise ein paar kämpfe nach kommentiert hochgeladen das war eigentlich auch ganz nett zahlen waren auch ganz in ordnung das heißt ich denke jetzt mal wenn es ein paar schöne replays gibt dann von mir auch selbst dann wirklich einfach noch mal nach kommentieren und hochladen war ganz okay wobei am allerbesten sich auch hier das natürlich mit dem fünfsterne kübelwagen also die ganz merkwürdigen oder interessanten sachen je nachdem wie es läuft wobei ich muss auch dazu sagen ich bin gerade sehr viel mehr dabei victoria 3 alles mögliche anzugucken hoffen zu verstehen und so ein spiel hat gar nicht so viel ko h2 aber wenn es mal wieder kommt und wenn da was schickes bei ist dann werde ich auch mal ab und an was hochladen und dann auch von anderen fraktionen wenn sie es gerade ergibt und ansonsten gibt es auch gar zu ihr gar nicht bei den ankündigungen haben wir sehr gesehen sind der plan ist voll geht gerade alles seiner wege ganz gut und ich habe ein paar lose ideen was man machen könnte wenn wieder ein bisschen mehr zeit ist aber noch nichts was man hier groß ankündigen könnte und ich weiß auch nicht ja im november wie viel zeit im zweifel dann noch frei wird also wenn dann werden ja natürlich hier ankündigungen erscheinen bei der community oder vielleicht umfragen oder vielleicht auch nichts und dann geht es erst wieder im dezember richtig los mit neuen sachen und das ja auch einfach mal schauen und dann schauen wir noch ein bisschen in die statistik rein und wir sehen hier sehr schöne pfeile die nach oben weisen also ich bin im moment sehr sehr zufrieden damit wie das alles läuft aufrufe besser stunden besser man sieht ja sogar auch mal wieder einen tag mit über 500 stunden bei dieser erste november das war auch so einen tag wo man sage ich mal einfach glück hatte manchmal empfiehlt youtube die einen videos plötzlich viel viel mehr leuten als sonst und man ist immer froh wenn man so einen tag hat und das war diesmal definitiv der erste november auch abonnenten an dem tag sechs neue auch ein bisschen überdurchschnittlich und das läuft gerade auch sehr schön also im prinzip wenn man morgens nachschaut ist die abonnentenzahl ein bisschen höher ist eigentlich auch eine sehr schicke entwicklung gut zwei tage kann man sich aber leisten jeweils nur mit minus 1 ja dann haben wir auch ein deutliches plus und auch umsatztechnisch sehr sehr erfolgreich das werden wir gleich auch noch mal sehen ein paar mehr videos ja es ist gerade ein bisschen mehr los aber wenn die zahlen alle stimmen ist man auch motivierter deutlich mehr zu machen als sonst und wir sehen recht eindeutig welche serie hier gerade oder welches projekt marktführer ist natürlich die runde gegen medelberg wobei von viktoria 3 konnte sich immer in die startfolge hier auch mal ein bisschen noch in die top 10 rein bewegen auch wenn wir hier mal in der statistik uns das angucken was jetzt so jetzt gerade in den letzten zwei tagen da sehen wir vor allem auch unter gegen medelberg löwenberg viktoria 3 und auch in der partie gegen genale honigblumen ein paar folgen und die machen hier so das allermeiste aus gerade die viktoria folgen hier in der masse das finde ich eigentlich auch ganz schön dass das auch wirklich gut läuft das projekt er hat schon wirklich befürchtungen dass es deutlich winziger ausfällt um es mal so zu sagen weil einfach auch so viele leute gerade viktoria spielen aber ich glaube kein anderer hat bremen und kaum einer auch wirklich mit einem windstart angefangen und das denke ich sich hat dann auch noch mal ein paar zuschauer so wir haben bei den inhalten der impressionen klickrate wiedergabe zeit sind alles ähnliche werte jetzt keiner der wirklich hoch geht wobei auch hier natürlich die erste november da waren ein paar mehr haben ja klicks aber interessanterweise eine ähnliche klickrate normaler ist da ist das so wenn die impressionen dann deutlich höher gehen dass die klickrate runter geht ganz nett dass es mal nicht ist so dann zuschauer bindung also wie viele prozent der zuschauer war nach 30 sekunden noch da da sehen wir aufführend das ist diesmal löwenberg also einzelspieler viktoria die runde gegen genale honigblume interessanterweise die videos gegen medelberg führen sonst alle statistiken an hier mal gerade nicht und ja civil war nimmt hier die letzten plätze ein ist halt im deutschen sprachraum nicht so beliebt wie die anderen teile und hier bei den top videos wobei das ist glaube ich die gleiche statistik wie eben in der übersicht aber hier die top 5 deutlich die runde gegen medelberg wie kommen die leute zu den videos schauen wir mal extern was aber wirklich überschaubar ist das vor allem google wenn sie auf youtube selber suchen ein drittel gut direkt nach dem namen und ansonsten sehr sehr viel streuung wobei es für die command gerade nach vorne ist vorgeschlagen ach da schlägt sich viktoria ganz gut aber auch geht ja die geringen prozentwerte das ist auch sehr sehr viel streuung aber vor allem viktoria und die command gegen medelberg und in den playlist wunder auch medelberg wie gesagt das führt die allermeisten statistiken an nach löwenburg viktoria 3 und hier auch schon zwei abgeschlossene runden auch sc die sich hier noch ganz gut mithalten nach playlist zugriff in der zielgruppe davon kennen wir die meisten zahlen schon mehr gut videos die sein publikum vergrößern wenn man bei fifa am release tag was raus bringt dann hat das einfach mal eine sehr hohe reichweite deswegen das video verfälscht quasi schon fast die statistik aber ansonsten sage ich mal auch hier mehr oder weniger die üblichen verdächtigen vorne bei den kanälen medelberg auch schon nur wunder auf platz zwei steinwein natürlich eins und ansonsten haben jetzt auch einige vorne die gerade viktoria spielen oder halt strati command oder beides die eben gerade die vorderen plätze ein aktivität hat sich denke ich nichts geändert hier man sieht am wochenende sind die leute erst eine stunde später im schnitt aktiv als unter der woche wollen wohl ausschlafen oder zumindest eine stunde länger schlafen ansonsten relativ ähnlich um die 90 prozent deutschsprachige länder oder teil deutschsprachige oder länder in denen deutsch einen wesentlichen anteil hat sagen es einfach mal so ist glaube ich auch ähnlich geblieben abonnenten das schwankt jetzt auch ein bisschen wenn jetzt gerade die zahlen sehr sehr gut sind da haben natürlich die meisten der neuen zuschauer kein abo und dann schwankt das hier ein bisschen aber so über 30 prozent schon in der nähe der 40 das ist ein sehr sehr schöner wert alter und geschlecht ist also ja geschlecht ist weiterhin sehr sehr eindeutig verteilt während das alter hier auch schön aus verschiedenen gruppen ist jetzt auch in der statistik angucken und ja weiterhin also für die ganz junge gruppe die zumindest erfasst wird ja bin ich ganz offensichtlich nicht interessant aus der sicht von youtube wahrscheinlich wenn man viel weltkrieg strategie dabei hat und so kann ich das irgendwie nachvollziehen und naja geschlecht ist dann auch eine sehr eindeutige verteilung so das hätten wir dann kommen wir noch mal zum umsatz auch ein sehr sehr erfolgreicher monat ist glaube ich sogar jetzt der oktober der erfolgreichste monat von allen gewesen hier oben war noch in der nähe damals lief glaube ich noch die runde gegen papa bär die seinerzeit eben auch sehr viele statistiken nach oben gebracht hat und hier sind wir sogar noch ein paar nette kleine euros weiter das einzige was mich wundert was bitte soll am 12 oktober los gewesen sein das sieht eher aus wie ein fehler in der statistik weil es ist so tief runter geht an einem tag das findet man hier sonst nicht man sieht so die üblichen schwankungen häufig war gerade eine folge gegen video berg und wenn ja war es eine der längeren folgen ist gerade ein paar kürzere weil beide seiten aufrüsten und ja nicht so viele kampfhandlungen stattfinden und auch die andere frage ist am gleichen tag löwenburg was im einzelspieler dran das ist auch noch mal und wenn beide gleichzeitig sind dann sind die statistiken hoch ich weiß wirklich nicht was hier sein soll und das irgendeinem grund am 12 oktober die unternehmen weniger für werbung bezahlt ich glaube im moment eher einen fehler von youtube ja gut und die erfolgreichsten einzelvideos sieht man ja dann auch hier drüben auch wiederum eine sehr sehr eindeutige geschichte den bisherigen suchen das ist immer wieder ganz lustig aber manchmal wird leider nicht genügend angezeigt es hängt wahrscheinlich davon ab das ist ja nur aus ein paar ländern freigeschaltet ob man jetzt gerade in dem monat genügend zuschauer aus diesen ländern hatte oder nicht jetzt anscheinend gerade nicht hätten wir schon oder können wir auf andere sparen zugreifen ja auch nicht aus japan na gut lassen wir das mal also ja zu den statistiken kann man sagen ich bin sehr zufrieden gerade mit dem verlauf und ein sehr sehr erfolgreicher monat hoffentlich also war der oktober hoffentlich bleibt im november weiter so ja und dann damit an dieser stelle erstmal wieder vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns in diesem format dann in einem monat wieder bis denn und dann in einem monat wieder bis dann